Die Gnadenlose Jagd Korbett, der beste Scharfschütze der Staaten, wird auf seine Spur gesetzt. Ein Western-Drama, packend und atemberaubend wie keines zuvor. Der Gehetzte der Sierra Madre. Schweigsame Männer, sprechende Waffen. Der Gehetzte der Sierra Madre. Hervorragende Schauspieler in außergewöhnlichen Rollen. Lee Van Cleef als der gefürchtete Kopfgeldjäger. Thomas Millan, der Gehetzte. Eine sensationelle Neuentdeckung. Walter Barnes und Fernando Sancho. Eine Klassebesetzung für einen Klasse-Western. Gesichter, die man nicht vergisst. Szenen von mitreißender Dramatik. Ein Mörder wird zur Strecke gebracht. Ist er der Mörder? Der Gehetzte der Sierra Madre. Ein großer Film. Hart, schonungslos, packend. Der Gehetzte der Sierra Madre. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017